Hi! Willkommen! Komm, wir machen es einfach nochmal! Wulff! Ab in die Folge! Willkommen! Willkommen, 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 Sonnenschein! Ich bin Indie, halbnackt, ja, ist ja auch Sommer. Warum bin ich eigentlich nicht nackt? Verstehe ich nicht, aber okay. Habe jetzt dieses in der letzten Folge, Notfallschlag, super lustig. Und um Gottes Willen, war das ein Comeback in der letzten Folge. Hör mir auf, war das spannend. Leute, müsst ihr euch anschauen, ist verlinkt in der Infocard, bitte. Bitte, das müsst ihr euch anschauen. Wir starten los in die nächste Runde. Nächste Aufträge hier, Teil 3 von 4 in Teil 4. Verwirrung. Etabliere Geräteverbindung in Brave Cave, da hustlen wir jetzt hin. Was steht da? Ich würde das gerne lesen. Wir müssen Krypto bestrafen und uns das Relikt holen. Vor allem aber, Krypto bestrafen! Gut, klingt gut, finde ich gut. Bestrafen bin ich dabei. Also mir gefällt hauptsächlich der Bestrafungsteil. Echt, oder? Ah, ich weiß nicht. Also mir gefällt eigentlich das am besten, wo wir Krypto bestrafen werden. Ja, ne? Aber, die Frage ist, wer ist Krypto überhaupt? Äh... War das nicht... Wir haben bis jetzt noch nie mit einem Krypto zu tun gehabt. Doch, jetzt schon. Doch, doch! Das ist ja der Meister der Mysterien, das ist der Achterbahnfuzzi. Ach, heißt der wirklich Krypto? Ja, der heißt Krypto. Achterbahnfuzzi. Mr. Achterbahnfuzzi. Ja, Mr. Achterbahnfuzzi. Man kennt ihn halt unter Achterbahnfuzzi, aber eigentlich heißt der Krypto. Und ich glaube, das hat den so sehr getriggert, dass man ihn immer nur Achterbahnfuzzi nennt, dass er sich dachte, so ihr Penner, ich stehe jetzt ein Relikt. Ja, glaube ich auch. Das kommt dabei raus, ja. Ja. Also Blubber, wieso hast du ihn denn auch so getauft? Nee, ich würde den nie so taufen. Taufen vor allem, weißt du? Nee. Stell mir jetzt wirklich so vor wie getauft und einfach, wir taufen dich zum Namen Achterbahnfuzzi. Keine Ahnung, schlürfst du auf den Kopf schütten oder so? Ich glaube, Blubber ist verrückt nach Indie knuddeln. Hm, Pär nicht. Wieso? Aber warum seid ihr hier nicht oberkörperfrei? Ja eben, ich verstehe das halt auch nicht. Was ist denn da los? Ich kapier das nicht. Aber diesmal haben wir da drei Sachen zu einsammeln, also wird Blubber diesen verdammten Bug nicht nochmal haben. Hoffe ich doch. Bist du auch soweit? Oder hat es dich wieder zerklatscht wegen irgendeinem Bug? Doch, doch, ich bin auch soweit. Ach, zum Glück. Wird aber deswegen, da hier ist nichts sicher in Fortnite, ja. So fucking true. Scheißspiel. LOL! Wie er den Gleiter aufspannt. Ja? Wie witzig ist das denn? Ich teier den Gleiter halt dadurch am meisten, wie er das aufmacht. Oh Gott. Ja okay, das war wirklich lustig. Ich vermiss immer noch den Peitschen im Ort, wirklich. Es ist so. Wo ist die Peitsche? Wir müssen doch jetzt Krypto bestrafen. Es geht doch nur mit der Peitsche. Ja, also ehrlich. Ich verstehe es nicht. Gebt uns jetzt die Peitsche. Also nicht uns, aber den Indie. Wobei... Lass mich gut überlegen. Vielleicht ein bisschen. So. Ich bin mal so frei, wenn ich nur so geile in die Kugel gehe und fordere mal in die die Scheiße. Rave Cave. Super geil. Diese Party. Das wird wahrscheinlich in der Höhle irgendwo sein, oder? Wir müssen die Peitsche bestrafen, oder? Wir schauen jetzt schon zwei Leute zu, finde ich auch gut. Ja und jetzt? Wo bin ich? Wo bin ich? Ähm, wo ich bin. Schon, oder? Bei Krypto halt wahrscheinlich. Scheiße. Ja. Hä? Unten? Ja. Jetzt einfach mal zu wohl. Irgendwann wird das schon sein. Ah, gefunden. Du siehst hier die Kisten. Ich muss jetzt... Ich muss doch erst die Aufgabe triggern, du Fuß. Hast du noch nicht? Nein! Ach so. Ach du Fuß, du hättest doch dein Teil... Alles klar, dann nochmal hoch. Ja, ab mit dir. Hätte ich ja doch ein bisschen noch weiter rollen können mit der Bahn. Ja gut, ist ja nur da drüben. Auf jeden Fall weißt du, wo du gleich hin musst. Ja, ich fahr ein bisschen mit dem Kugler rum noch. Ja, komm. Das ist ja noch ein Meilenstein. Ist ja noch nicht durch so. Macht auch Spaß vor allem. Beides. Macht immer Spaß mit dem Scheiß zu fahren hier. Äh, die Kugler Achterbahn. Wenn ich mir schon. Immer wieder. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Kugler Achterbahn. Hier im Rift Cave. Kommt vorbei. Ja. Jetzt muss aber für die Werbung auch bezahlt werden. Ist so. Wie sieht's aus Fortnite? Party Bugs? Oder Geld? Geld ist auch gut. Oder beides einfach. Was reden wir darüber? Was ist das? W, da ist jetzt hier auch keine Party. Was? Was ist wo? Da ist ne Party. Ist so. Ja, W hier ist jetzt dann auch nichts. So, jetzt geht's hier durch den Tunnel. Da läuft, glaube ich, Krypto rum. So. Dann schickere ich den Moose mal. So, was geht ab. Geräteverbindung aktiviert. Okay, wir haben den Standort des Relikts. Ach, das Relikt. Wir müssen jetzt zurückstehen. Und dann lobt uns der Wissenschaftler vielleicht. Oh, wie wundervoll. Ich glaube, die hat auch ein paar... Äh... Sie sind mir im Wort entgangen. Naja, die ist ein bisschen vernaut, glaube ich, in Wissenscheide. Also, die hat da so ein paar Probleme, glaube ich. Sicher? Sie sind Polochron. Sie sind Polochron. Kim? Wo bist du? Was war das? Eine Nullpunkt-Energie-Schockwelle der Stärke 6. Oh, große Messenschaft. Oh, große Messenschaft. Wenn du deine unfassbar Intelligenz und Weisheit nicht lösen kannst. Ähm, okay. Gekko, geht's dir noch gut? So hat die das betont? Ja, ich feier das. Ich hab's nur nachgemacht. Mega lustig. Oh Gott. Ich mag Kim. Kim ist lustig. Moin, Indy. Was geht? Oh, das war's. Oh, schade. Das war's. Bei mir war's das. Äh, hast du's denn gefunden? Ja, aber jetzt gibt's keine Aufgaben mehr. Obwohl das Phase 1 von 3 steht... Äh, da steht das komplett durch. Da steht das komplett durch. Jetzt steht da Teil 5 Aufträge. Die gibt's ja noch nicht. Äh, dann... Bei mir steht durch. Steht bei dir auch durch? Warte... 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 Ja, schließe... Good Vibes... 5. Ja, das war's. Dann ist durch. Dann war's das. Okay, bester Abschluss. Ähm... Schockwelle. Stärke 6. Oh, wissenschaftlich. Ich weiß nicht. Supergeil. Die KI, ich feier die. Also Kim ist super. Ähm... Was uns aber noch fehlt, sind ja noch die beiden Endgeschichten. Äh... Oh ja! Aber wie süß sind diese Sitze. Äh... Ich feiere aber eher den Thron hier vor. Ja, der ist auch super lustig. Ist so. Wo ist Blubberchen? Ich veransproche diesen Thron für mich. Wo hustelst du denn hin, Blubber? Ich such, äh... Tiere. Äh... Wofür Tiere? Achso, wegen der... Achso, wegen der Indie-Aufgabe. Genau. Achso. Ja, gut. Ich bin 93, das finde ich super. Das ist ja mein Geburtsjahr. Weil... Was ich sagen kann... Für den einen NPC müssten wir da hin. Das weiß ich. Den hatte ich schon gefunden. Echt? An der Tanke? Ja. Mega witzig. Ja dann? Entschuldigung. Da geht's voll ab. Wirklich? Ja, da geht's voll ab. Lass mal saufen eben. Wieso haben wir jetzt nicht an der Bar gesauft? Das ergibt gar keinen Sinn hier. Sag mich doch nicht. Die Bar war halt nicht Indie-Fest. Äh... Das müssen wir noch mal üben. Ja, da war halt kein Indie-Fest. Oh mein Gott, wir sollten gehen, wir sollten gehen, wir sollten gehen! Wuhu! Ohhhh... Lauuu... Hm... Äh... Äh... Ausgang! Hilfe! Echt so, ne? Mann, die... Spideys... Äh... Äh... Mann, hier nicht irgendwo... Hä? Waren so komisch mittig. Da ist der Wurscht. Da ist der Wurscht. Aber keine Heilung, mega lustig. Heilung? Was ist das? Weiß nicht, freu ich nicht. Äh... Okay, hier sind... Oh. Äh... 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 Okay. Whoopi-duu! Oder so. Juhu! Juhu! I can't see anything about it! Also ich weiß nur, ich werd's nicht schaffen. Ach du auch nicht! Wir sind im Sturm, da kannst du uns nicht hin. Wir sind auch im Rave Cave fast immer noch. Huiiii! Ich schaff's vielleicht gerade noch so. Ja, du hast aber mehr Leben auch als sicher. Du schaffst es noch. Ach, zum Glück. Ich nicht. Das war aber arschig knappi. Ich muss ja jetzt paddeln. Hallo da vorne! Hallo! Ich muss erstmal Heilung finden. Ich kann jetzt gerade nicht so wirklich mit Schlacht zu schulen, oder? Jaja. Hallo? Badewanne? Oh, hallo. Hi. Was ist denn jetzt hier? Äh... 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 Warum kommt da nur ein Pilz raus? Nee, ich schaff's nicht. Ich schaff das ohne mich. Ich schaff das ohne mich. Ich hole deine Karte. Schwuppdiwuppdiwuppsel. Ich bin ein großer Pupsel. Ich bin ein großer Pupsel. Ist da vielleicht Heilung drin? Nee. Aber ein Ries. Wer steppt denn da in der Gegend rum? Ich helfe dir schnell. Hm? Und dann hauen wir einfach mit dem Rissi ab. Ja, bitte. Drei, zwei, eins... Wollen wir nicht nur auf Ruhe warten, bis er da ist. Eben. Zwo, eins. Risiko. Und los geht's. Boah, erst mal hier ein bisschen... Oder auch nicht. Also, let's go, oder? Let's go. Alter, jetzt... Alter, ist der Gleiter lustig. Ich pack mein Leben nicht. Ich bin zu hoch. Äh, ist dein Niveau nicht immer zu hoch? Ja, eben nicht. Das ist es ja. Das muss man schon hier anpassen. So. Dann geh ich mich mal Heili Schmeili. Miley Cyrus. Miley Schmeili. Sack die Bühne. Und dann gönne ich mir noch. Ja, und sonst... Da ist ja schon wieder ein Riss. Lol. Also, ich glaube, du hast ziemlich viele Risse heute. Ja. Hat sich meine Hose zerrissen gehabt, ja? Okay. Vorsicht, Gaggers. Gaggers. Äh, Leute. Sag mal. Was treibt ihr? Äh, wir haben den NPC-Kurtern. Was habt ihr? Den NPC-Kurtern. Den NPC-Kurtern. Ich dachte, der angeschossen. Die Mission, oder? Nein, angesprochen. Nicht geschossen. Was geht? Panter. Panter. Scheiße. Kleines Stück Scheiße. Hä? Von was wäre ich angeschossen? Was? In Gottes Namen trifft mich denn da? Mann. Hä, bist du... Oh Gott, was ist das hier für ein Müll? Schon wieder Fortnite, echt. Oh, meine Cam. Ich habe so das Gefühl, das dreht sich nicht mehr so schnell. Ich muss das, glaube ich, mal anpassen. Ich gebe Blower noch schnell wiederbeleben. Oh, okay. Kann man machen. Mit dem Krieg. Ach, Gagger überlebt das schon. Oh Gott. Meistens. Nicht immer. Aber ja, manchmal nehme ich noch welche mit. Das macht es auch ganz lustig. So. Hey, megawitzig. Ich reiche sie gerade alle weg. Dankeschön. Hast du das gesehen, oder Blubber? Hä? 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 Ja, und jetzt bei mir. Nicht? Okay. Jetzt habe ich keine Kugel mehr. Schlecht. Was geht denn bei euch eigentlich auf einmal ab? Es kamen alle drei. Ja. Es kamen einfach drei Leute. Es sind aber andere drei, weil ich hier alle zerlegt habe. Hä? Lol. Party Royale. Was war das für ein Actionkrieg? Ich habe goldene Waffen von denen gesnackt. Lustig, oder? Oh. Da sind die ja. Das hat sie ja nicht gebracht. Ich muss da mal weg. Ja, ja, bla. Ja, ja. Ist in Ordnung so weit. Ne, ihr? Süßis. Ah. Jetzt macht ihr aber Feini. Feini. Was ist das? Oh, wie schön jetzt. Ich mach den Gleiter mal. Wie cool. Mega lustig, oder? Ja. Ja, ist echt lustig. Richtige Feinis haben die ein bisschen geschossen. Mensch. Oh Gott. Wo kommst du denn wieder her, hä? Ich weiß nicht. Ich bin doch kein Freund von der Wuffel. Was machst du denn schon wieder? Gehen. Verarschen. Genau. Indy schlag erstmal ihr Zelt auf. So. Es ist wichtig jetzt. Ja. Ist so lustig, oder? Ach, schön. Erstmal wird da ein Zelt aufgeschlagen. Ist halt so cool, weil du ja rauskriegst. Aus solchen Sachen. Bist du erstmal über den Gegner. So schnell kriegt der dich nicht. Kannst du sofort weg, Spider. Das ist so lustig. Kannst du voll verarschen und so. Kann ich probieren, ja. Jetzt kommt er. Okay. Aber ich find's gut. Äh. Äh. Na gut dann. Auch gut. Okay. Äh. Äh. Was tut der da? Oh, 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 okay. Danke. Jetzt ist er weg. Ist ja super, dann haben wir gleich mal Loot. Ja, echt so. So. Hä? Ähm. Meine Taktiken sind lustig. Ähm. Blubber. Wieso ist das Mini so groß in deiner Hand gewesen? Ja, weil ich's einfach kann. Weil sie halt nur große Dinge will. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Sie gibt sich mit so'n mickrigen Scheiß nicht ab, so. Äh, es sind schon wieder die letzten drei, ne? What the fuck? Was ist das wieder für'n Comeback? Hahaha. Krass, oder? Leute. Ach, hallo. Ja, da wird schon gehustelt. Das sind, glaub ich, die einen drei noch. Also, ich hab auch so... Die werden schon angeschoschen. Vorsicht. Äh, ich lieg schon. Ja, geil. Mit Taschenmuscheln, was? Ähm. Was? Was? Was hast du Blubberchen? Wo sind die überhaupt? Hä? Was wird da gespielt schon wieder? Äh, aufm Berg. Ach, da sind die. Okay, das wird jetzt anders kritisch. Oh, das hat einen Trickplatz. Ich hab mir gedacht, ich mach den Trick, äh, wie Gecko. What the fuck? What the fuck? Wie treffen die mich? Was mit einer exotischen Pistole? Wirst du mich verarschen? Oh, wann die? Wie haben die mich denn getroffen, Alter? Anders krank. Aber wieder zweiter Platz, Leute. Was sind wir für ne Maschine, ne? Aber... 22?! Okay, die sind wirklich gut, ne? 22 Siege mit Krone in Folge, ne? Ja. Oh, und das ist ein Streamer. Ah ja. Alles klar. Anders heftig? Das waren Prost. Ich würde sagen, der ist okay, wenn man zweiter wird. Mhm. Ja. In dem Fall. Aber komm, dafür haben wir wenigstens wieder den zweiten. Ist so. Mega geiles. Und damit können wir die letzte Folge auch beenden. So. True. Ja, und die Lobby hier. Krass. Geile Folgen. Spannend. Spannend. War viel spannend. Hier. Find ich. Es war sehr spannend. Alleine erstens die Storys und dazu dann die Runden. Ja. Wirklich. Also die waren echt krass. So. Dann guck ich mal Battle-Page ein bisschen durch. Ich hab wieder zwölf lustige Geschichten aus dem Paulaner Garten. Deswegen gönne ich mir mal ein paar Sachen. Ah ja. Na gut. Gleiter. Let's go. Und dann hab ich noch sechs. Was? Ja, Glückwunsch. Danke. Ja, Glückwunsch, ne? Und ein Fall. So. Cool. Schön. Mache ich das auch bald. Herrlich. Und den hier. Find ich so krass. Kacke. Den hole ich als letztes. Furchtbar. Furchtbarer Typ. Furchtbar. So. Gut. Zurück sitzen. So. Haben wir Indie gesehen. Die Missionen waren wirklich geil auch. Und äh. Schön. Schöne Runden. Dankeschön Leute wieder fürs mit dabei sein. So. Es ist immer so toll mit euch. Es macht immer so viel Spaß mit euch. Danke, dass wir dabei sein durften. Immer. Es ist einfach Zucker. Und dann verabschieden wir uns mal. Tschüss. Dann sehen wir uns natürlich in den nächsten Vibe-Aufträgen. Oder was auch immer in Fortnite kommt. Was special ist. Danke. Wieder. Tschüss.